Wir sollen hier das Integral i berechnen, das Integral von 0 bis Pi halbe von 1 geteilt durch 5 mal Sinus von x plus 4 mal Cosinus von x plus 5 dx. Wir beginnen mit dem Variablenwechsel t gleich Tangens von x halbe. Wir können diesen Variablenwechsel umkehren, indem wir beidseitig Arcus Tangens nehmen. Arcus Tangens von t ist dann gleich zu x halbe oder auch x ist gleich zu 2 mal Arcus Tangens von t. Wenn x 0 ist, dann ist t der Tangens von 0 halbe, also der Tangens von 0, das heißt 0. Wenn x Pi halbe ist, dann ist t der Tangens von Pi halbe geteilt durch 2, also der Tangens von Pi viertel, das heißt 1. Aus der Trigonometrie wissen wir, wenn t gleich ist zu Tangens von x halbe, dann ist Sinus von x gleich zu diesem Bruch 2 mal t geteilt durch 1 plus t Quadrat und der Cosinus von x ist dann gleich zu diesem Bruch 1 minus t Quadrat geteilt durch 1 plus t Quadrat. Das Integral i wird also nach diesem Variablenwechsel zu diesem da. Wir haben das Integral von 0 bis 1 von 1 geteilt durch 1 geteilt durch 5 mal Sinus x, wir ersetzen Sinus x durch diesen Bruch, ist gemacht, plus 4 mal Cosinus x, wir ersetzen Cosinus x durch diesen Bruch, ist gemacht, plus 5 mal die Ableitung von x gegenüber der Variablen t, die Ableitung von dem x gegenüber dieser Variablen t, das ist 2 mal 1 auf 1 plus t Quadrat, also 2 auf 1 plus t Quadrat und dann noch dt hintendran. Hier werden wir diese drei Brüche gleichnamig machen, somit führt das zu diesem Integral und dieser gemeinsame Nenner 1 plus t Quadrat verschwindet mit diesem 1 plus t Quadrat, also führt das Integral zu diesem. Hier schreiben wir 2 mal 1, diese 2 kann dann aus dem Integral raus und vorne multiplizieren, sie ist ja konstant. Somit müssen wir also nur noch dieses Integral berechnen. Und um das herauszufinden, werden wir diesen Bruch umschreiben in diese Form. Diesen Bruch kann man schreiben in diese Summe, es ist eine konstante Zahl geteilt durch t plus 1 plus eine zweite konstante Zahl geteilt durch t plus 9. Um den Wert von A und den Wert von B herauszufinden, machen wir diese drei Brüche gleichnamig und stellen dann die Zähler gleich. Diese Gleichheit muss erfüllt sein für egal welchen Wert von t. Dann nehmen wir clevererweise mal t gleich minus 9. So führt diese Gleichung sofort zu minus 8 mal B gleich 1 oder auch B gleich minus 1 Achtel. Also können wir in diesem Integral diesen Bruch ersetzen durch. 1 Achtel geteilt durch t plus 1 plus minus 1 Achtel geteilt durch t plus 9. Das ist hier gemacht. Dieser Bruch 1 Achtel kann als multiplikative Konstante aus diesem Integral raus und multipliziert dann davor. Das selbe für diesen Bruch 1 Achtel. Der kann aus diesem Integral raus und multipliziert davor. Zwischen Klammern können wir dann also 1 Achtel ausklammern und 1 Achtel kommt dann vor die Klammer und multipliziert da diese 2. 2 mal 1 Achtel macht 1 Viertel. Es bleibt also nur noch die Differenz dieser 2 Integrale zu berechnen. Eine Stammfunktion von 1 auf t plus 1 dt ist der natürliche Logarithmus vom Betrag von t plus 1 und eine Stammfunktion von 1 auf t plus 9 dt ist der natürliche Logarithmus vom Betrag von t plus 9. Diese 2 Stammfunktionen lassen wir also variieren von 0 bis 1 hier auch von 0 bis 1 und somit führt dieses Integral i zu 1 Viertel mal ln von 2 minus ln von 1 minus ln von 10 plus ln von 9. ln von 1 ist 0, das verschwindet also. ln von 10, das ist ln von 2 mal 5, also ln von 2 plus ln von 5. Mit dem Minus davor wird das also zu minus ln von 2 minus ln von 5. Diese 9 schreiben wir als 3 Quadrat und der Exponent 2 kann dann vor ln multiplizieren und somit erhalten wir zwischen Klammern diese Summe, die beiden ln von 2 verschwinden und somit erhalten wir letztendlich als Wert für das gefragte Integral 2 mal ln von 3 minus ln von 5 geteilt durch 4. Das ist also die Endantwort auf diese gestellte Aufgabe.